Ja, liebe Brieftaubenfreunde, hier sind die Frau Wattenscheid bei der Plattjährigen und da haben wir den Brieftaubenfreunden Tauben zu Verfügung gestellt, hier die Schlachtgemeinschaft Das ist das Oliver-Deschke aus Hier ist ein Guss, sehr konzentriert, die Ringnummer ist 7807,19740. Hier ist ein Guss, sehr konzentriert, die Ringnummer ist 8807,19740. Hier ist ein Guss, sehr konzentriert, die Ringnummer ist 8807,19740.